Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python. Heute geht es mal wieder um die Magic Methods, genau genommen geht es um die Conversion Magic Methods. So, was dieser Zungenbrecher bedeuten soll, ist eigentlich ziemlich einfach. Wir wollen definieren, was unsere Klasse, die wir uns selbst geschrieben haben, tut, wenn wir sie irgendwie konvertieren wollen. Ein mega geiles Feature, wenn ihr mich fragt und ich frage mich wirklich, warum andere Sprachen das Ganze noch nicht umgebaut haben und ja, auch erlauben für ihre Sprachen. Okay, schauen wir uns das also einfach mal an. Wir wollen jetzt, dass wenn unsere Klasse A zum Beispiel in ein Integer konvertiert wird, dann wollen wir uns definieren, was dann passieren soll. Okay, dazu gibt es wie gesagt wieder Magic Methods und die sehen so aus. Dev, Bodenstrich, Bodenstrich, wie jedes Mal und dann habe ich hier oben schon mal natürlich ein bisschen rumprobiert, ein Integer. So, wenn ich meine Klasse A jetzt in ein Integer konvertieren möchte, naja gut, was möchte ich dann also machen? Ich möchte irgendwie am Ende eine Zahl rausbekommen. Okay, eine Zahl bekomme ich dann raus. Naja, in unserem Fall ist es recht praktisch. Das können wir sogar tatsächlich machen, weil wir hier nur eine einzige Zahl halten, nämlich dieses kleine A. Das heißt, was wir machen ist ReturnSelf.A. So, und das ist eigentlich auch schon das Ganze, was wir hier machen wollen. Wir können uns also effektiv in ein Integer konvertieren. Okay, da brauche ich allerdings kein B dazu und Integer konvertiert man eine einzige von diesen Instanzen. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, dann bekomme ich folgendes raus. Ich kriege hier für mein kleines A, was ja vom Typ Groß A ist, irgendein Objekt A an irgendeiner sehr, sehr komischen Speicheradresse. Kann ich nichts mit anfangen, bringt mir auch nichts und damit kann ich auch nicht rechnen. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier 5 drauf addieren, also plus 5. Naja gut, das wird mir wahrscheinlich einen Error schmeißen, wenn ich das richtig sehe. Ja, natürlich. Okay, was mache ich also dagegen? Ich konvertiere mein klein A vom Typ Groß A in ein Integer. Und das mache ich, indem ich hier einfach diesen Typecast-Effekt explizit angebe. Also Int von A plus 5. Okay, schauen wir uns mal an, was passiert. Naja, es kommt 5 raus. Das heißt, ich habe hier tatsächlich meine Zahl oder mein ganzes Klassenobjekt hier, meine Instanz, konvertiert in eine normale Zahl. Und dann habe ich einfach noch 5 drauf addiert. Und jetzt kann ich damit weiterrechnen, wie ich gerade möchte. Ich kann natürlich zwei Objekte vom Typ A mit einer anderen Magic Method so definieren, dass ich die miteinander addieren kann. Aber in keinem Fall kann ich hier einfach eine Zahl drauf addieren. Das geht nur, wenn ich hier tatsächlich das Ganze in ein Integer konvertiere. Und das ist mega cool und sehr nützlich. Gut, ich hoffe natürlich, dass ihr da irgendwelche Anwendungen dafür findet. Aber es macht immer Sinn, wenn man irgendwie sowas angeben kann, dass man es dann auch angibt. Okay, zum Beispiel irgendwie ein Vektor oder sowas. Da könnt ihr dann sicher irgendwelche Lösungen finden. Gut, es gibt natürlich nicht nur Integer als Typen, sondern auch sowas wie long. Das würde mir dann das Ganze in ein long konvertieren. Also eine längere Ganzzahl. Oder aber ich konvertiere in ein Float. Also Float, Bodenstrich, Bodenstrich. Das wäre die Methode, die mir das Ganze in eine Gleitkommazahl konvertiert. Dann kann ich noch in eine komplexe Zahl konvertieren. Das geht mit komplex. Dann kann ich in eine hexadezimale Zahl konvertieren. Ich kann in eine oktale Zahl konvertieren. Ja, und was wahrscheinlich die meisten von euch irgendwie brauchen werden, ist die Konversion in einen String. Das bedeutet, ich habe hier in meiner STR-Methode, in meiner STR-Methode hier, irgendwelches Verhalten, sodass ich meine Klasse A in einen String konvertieren kann. Und diese Methode, die kann durchaus nicht nur dazu benutzt werden, irgendwie zum String zu konvertieren, sondern ihr habt hier sozusagen eine Methode, die euer Objekt printbar macht. Das heißt, ihr könnt hier in diese String-Methode zum Beispiel einfach reinschreiben. Ich hätte jetzt ganz gerne den String von meinem Objekt A. Und da packe ich alle Informationen schön sortiert und schön säuberlich rein, die in meiner Klasse A zugange sind. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Listen drin habe und dann habe ich noch irgendwelche anderen Objekte drin, die kann ich alle in einen String einreihen. Und danach kann ich die printen, zum Beispiel debuggen und mir angucken, okay, was ist gerade in meiner Klasse A drin. Das ist wirklich sehr nützlich. Deswegen würde ich euch vor allem diese DevString-Methode hier, die würde ich euch stark empfehlen. Die ist wahnsinnig nützlich zum Debuggen. Selbst Java hat hier eine Variante dafür gefunden. Allerdings keinen wunderschönen Converter oder sowas, also Type-Converter, sondern eine To-String-Methode. Aber gut, nicht so viel zu Java, sondern mehr zu Python. Okay. Eine interessante kleine Ausnahme gibt uns auch noch eine andere Methode, nämlich die Non-Zero-Methode. Non-Zero. Das ist sozusagen eure Type-Konversion für, oder besser gesagt zu einem Boolean. Da wird einfach ausgegeben, ob euer Objekt gerade nicht Null ist. Das heißt, ob zum Beispiel A ungleich Null ist. Das heißt, ich gebe hier zurück self.A ungleich Null. Okay. Und ja, wenn wir hier das Ganze rausbekommen, kriegen wir mit der Boolean-Methode theoretisch, wenn ich hier die Boolean-Methode aufrufe, dann kriegen wir hier ein True. Weil eben mein A gerade gleich Null ist. Also, ja, okay. Also wenn es gleich Null ist, kriegt ihr hier ein True raus. Und wenn es ungleich Null ist, kriegt ihr hier ein False raus. Super. Und noch eine letzte Methode möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Die solltet ihr auch vor allem irgendwie in der Kryptografie, wobei ansonsten braucht ihr das auch. Also auf jeden Fall habt ihr hier eine Hash-Methode, die hasht euer Objekt. Das wird zum Beispiel für irgendwelche Hash-Maps oder sowas benutzt. Diese Methode liefert euch einen Hash-Wert. Und dieser Hash-Wert ist standardmäßig das, was ihr gesehen habt, wenn ihr einfach nur A ausgebt. Also wenn ich hier A ausgebe, dann habt ihr vorhin gesehen, wir kriegen hier dieses komische Objekt aus. Das ist, wobei, nein, stimmt nicht ganz. Aber wenn ich A gleich gleich B mache, dann werden standardmäßig, wenn ich Equal nicht überschrieben habe, werden die Hash-Werte überprüft. Das heißt, ich kann hier mir noch ein B definieren. Und wir schauen jetzt einfach mal. Wir haben hier A gleich gleich B, benutzt im Prinzip die Hash-Werte. Und jetzt kann ich hier einfach mal sagen, okay, ich returne standardmäßig 0. Naja gut, dann kriege ich immer noch Folgen raus. Aber das liegt vor allem daran, dass ich jetzt hier eben Equ nicht definiert habe. Also es vergleicht nicht direkt die Hash-Werte. Aber wenn A gleich B ist, dann sollte auch der Hash-Wert von A gleich dem Hash-Wert von B entsprechen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber für die Leute, die Hash-Werte kennen, die wissen, welche Methode sie hier überschreiben müssen. Und für die ist es dann auch wichtig. Okay, und ja, ich habe doch noch eine für euch. Eine Size-Off-Methode, die kann man vielleicht auch hin und wieder mal brauchen. Size-Off kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das, ach komm schon. Size-Off habe ich glaube ich schon mal in meinen Tutorials hier benutzt. Das sollte die Größe eurer Klasse beziehungsweise eures Objekts in Bytes angeben. Das heißt, ihr solltet hier vielleicht die Größe berechnen, aber die braucht ihr nicht unbedingt überschreiben. Normalerweise ist das relativ sinnvoll. Nur wenn ihr irgendwie in C kompiliert oder sowas. Also es gibt durchaus Datenbanken beziehungsweise Bibliotheken, die euren Python-Code in C konvertieren. Für C wird häufig diese Size-Off-Methode benötigt. Ansonsten braucht ihr die eigentlich nicht zu überschreiben. Okay, das war es von meiner Seite auch wieder. Und ja, wir haben ein bisschen mehr gemacht, als nur die Casts oder die Conversion-Magic-Methode. Aber ich glaube, die waren alle recht wichtig und recht nützlich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao.